Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht da der Bauer Aussie heute? Ich arbeite da in unserer Hecke, die muss da ausgedünnt werden. Da habe ich noch ziemlich Arbeit vor mir, bis ich da die ganze Hecke ein bisschen ausgeholzt habe. Aber ich kann mir auch Zeit nehmen. Ich lasse meinen Holzschlag im Wald vom Lohnunternehmer machen und dieses Jahr gerade alles. Also schönes Holz und Holz zum Hacken. Nimmt er alles raus, schichtet er es auf für mich. Jawohl. Ah, lieber Glut-Freunde. Ich bin da Schütz und Foxy von der Hecke. Ich balle von Hand auf die Knieserjacke. Er hat auch schon Buhren. Praktisch, wenn man zu Hause arbeitet. Tee-Time in der Küche.